Jetzt komm endlich, du lahme Ente! Niemand darf wissen, dass es in diesem Tal Drachen gibt. Jungen, mach mir keine Probleme. Was ist das? Menschen! Ich hab's immer schon gesagt. Sie sind das Schlimmste. Was machen Sie dann mit uns? Der Saum des Himmels. Das Paradies für Drachen. Da finden wir uns nie. Und wir bringen alle in Sicherheit. Toll, und wir kommen wieder hin? Wozu hab ich denn zwei Flügel? Inspiriert von Cornelia Funkes Weltbistseller. Na gut, du Genie. Wo fangen wir an? Wow! Hallo? Der da sieht aus wie du. Ja. Komm an Bord, Drachenreite. Nein! Ich wünsche den Lügner und den Trüger. Du bist doch ein Schwindler. Du bist gar kein Drachenreiter. War das? Meine Hose. Ja. Wir müssen nur ein Profil für euch anlegen. Vorlieben? Golf? Und Drachen fressen. Ah! Nissenbrand! Ich hab da was gesehen. Einen saftigen Silberdrachen. Das wird ein Festschmaß. Dann lasst uns hier verschwinden. Das ist lustig. Wir brüllen beide. Viele waren auf der Suche. Aber keiner hat den Saum des Himmels gefunden. Wer hat Hunger? Stör uns jetzt nicht mit Häppchen. Ich versuche, mystisch zu denken. Verschwinde! Es war eine arrangierte Ehe. Du bist mehr, als du dir zutraust. Folge deinem Herzen und du machst alles wichtig. Bereit? Bereit. Erlebe drei außergewöhnliche Freunde. Erlebe drei außergewöhnliche Freunde. Ja! Ah! 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 Im Kino.